Es ist interessant, dass er mal in solchen Momenten irgendwie seinen Helm öffnet, wo man denkt so, Alter, mach mal nicht, mach mal nicht, man. Also, er hatte gerade kurz überlegt, ob ich das Scharfschützengewehr kaufe, aber ich denke mir so, du hast überhaupt gar keine Distant Kills, so, das ist halt immer so Close Combat irgendwie. Also, nö, hoffe ich nicht. So, wir könnten noch mal kurz in die Vlog-Reinsch reinschauen irgendwie. Das Starse-Modul verdient noch seine letzte Modifikation. Die Rig ist voll, Impulsivär ist voll, Plasma-Cutter ist voll. Alles klar, wir haben noch vier Knoten über. Easy go. Easy go. So, okay. Wo gehen wir denn jetzt überhaupt hin? Sondierungs... Alter, warum sieht denn nicht immer alles so scheiße aus? Mann, wieso denn? Wieso muss denn in Horrorspielen alles mal so gruselig aussehen? Kann man das nicht mal ein bisschen nett machen? Ellie, it's you! Das ist ja toll. Na, alles gut? Da drüben. Scheinbar ist der Mechaniker verschleppt worden, bevor er das hier zu Ende bringen konnte. Strauss ist tot, Ellie. Ist nicht schade um ihn. Er war gerade zusammen. Und jetzt brauchten Sie Strauss nicht, um den Marker zu zerstören? Strauss konnte uns nicht zum Marker führen. Er lief vor seiner Schuld davon. Was ist mit Ihnen? Ich laufe nicht mehr weg. Ich weiß, was zu tun ist. Tja, dieser Riesenbohrer ist ein echter Glücksfund. Warum gehst du nicht in die Kabine und versuchst, hier zu starten? Ich seh mich nach der anderen Energiezelle um. Okay. Mal sehen, was ich von hier aus tun kann. So, was? Wüsstet denn ihr so ad hoc, was der nächste Schritt wäre? Hm? Wüsstet ihr, was zu tun wäre? Außer das offensichtliche quasi fliehen von diesem Todesdampfer hier. Ach. Oh, das ist aber Kann ich denn nicht auch einfach sagen Kann ich denn nicht irgendetwas hinschleudern auch? Diesmal? Okay. Klecker, 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 Klecker. Wir müssen wahrscheinlich auch wieder vorne hin. Wer wo? Welcher ist es? Der Pfeif in Zeissig ward. So. Hier haben wir den Block. So. Das da oben sieht auch nicht so geil aus irgendwie. Da kam bestimmt irgendwie ein Arm raus oder und sowas. Und hat irgendeinen einfach so ins All geschmissen. Einfach so random. Du. Weg. So, wo? Äh. Ach da. Entschuldige bitte. Hey, was haben Sie gemacht? Ich hab gerade die Steierhologramme verloren. Der Verteiler hat einen Kurzschluss. Ich brauche Ersatz. Das ist Standard. Hier irgendwo muss noch einer sein. Ich seh mich mal um. Viel Glück da oben. Ähm. Nein. Nicht jetzt. Okay. Okay. Gut. Alles klar. Wir brauchen noch anscheinend ein kleines Ersatzteil. Bis die Karre rollt wieder. Halbleiter Robin. Kommt immer gut. 10.000 Tacken. Ja, man kann jetzt überlegen, ob man halt einfach mal aus Spaß jetzt nochmal eine Waffe irgendwie pimpt. Und sich ein bisschen aufbaut. Obwohl wir natürlich halt so ein bisschen limitiert mit der Munition jetzt sind. Für andere Geräte. Also für andere Waffen. Aber kann man trotzdem machen, ne? Irgendwie. uns den Spaß dennoch mal gönnen. Tschüssi. Ich sag mal natürlich Cash finden wir natürlich gut. Ja, da müssen wir hin. Guck mal hier. Ist denn da so? Ah, nicht alles. Nicht alles so schön. Unfold. So. So. Ich hab wohl gerade das System kurz geschlossen, sodass die Narbtasten umgangen werden. Glück gehabt. Ja. Plasma-Plasma-Platter. Plasma-Platter. Der Kasma-Platter. Der plättet alles. So. Okay. Cool. Er findet die neue Verbindung nicht. Hier oben scheint es zu klappen. Vielleicht muss es auch mal verdrahtet werden. Was? Ich hab sie nicht verstanden. Äh, nichts. Nichts. Echt? Ja, also. Gender-Bashing hier. Okay. So. Okay. Alles klar. Können wir jetzt... Können wir Traktor fahren? Können wir Traktor fahren? Auf der anderen Seite ist ein Lift. Ich drehe um, damit sie draufklettern können. Ohohoho. Uh, shit. Ich hab' immer so schreien müssen. Rosa. Rosa. Ohohoho. Das ist gut. Das ist gut. Ist jetzt mal gut hier. Oh, really, Alter? Ja, gut. Achso. Ja, ich denke... Ich werde nicht lange allein bleiben. Wo sitzt denn die Penner? Voll durch hier Fleisch, Tim. Ei, 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 ei. Wir werden mal eine schöne Rachen-Mandel-Behandlung hier machen. In den nieden Wimmeln der von den Viechern. Wo denn? Wie seid ihr denn? Wenn hier unten schon so viele sind, wie viele werden dann erst über uns sein? Über uns? Worst du Tortenile? Ich bin sicher. Oh. 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 So, und das war ja abenteuerlich. Jetzt kann man irgendwo was grabbeln. Das ist so eklig. Das ist so eklig. Moment, mein Freund. Du hast keine Fahrkarte. Und du auch nicht. Jetzt gibt es einfach mal auf die Fresse. Jetzt ist es einfach auf die Fresse. Ja, ja, alles super. Komm. Das ist ein klein Mist. Was ist das? Was ist das? Oh, die Bienen machen Spaß Und immer rennen durch die Rachennummer Alter, kramen wir uns jetzt durch den Mega-Nekronorfer durch oder was? Was ist denn für ein Tunnel? Ist der so genannt wie Tunnel? Und wieder welche? Widerwäsche? Wow, 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 stopp, stopp! Scheinbar haben wir die Fundamentpfeiler des Regierungssektors erreicht. Und wie kommen wir da rein? Vorwärts. Wir haben einen Bohrer. Sie wissen aber schon, dass ich auf dem Ding sitze. Belly? 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 Belly?